Mein Name ist Ikes Pape. Ich bin selbstständiger medizinischer Fitnesstrainer. Ich biete Personal Training an in Lübeck und Umgebung. Des Weiteren Fitnesstraining für Firmen und auch Reha-Sport. Das ist so mein Haupttätigkeitsbereich. Eine häufig gestellte Frage bei mir ist es, wann die Leute einen Personal Trainer brauchen. Die Antwort ist relativ kurz zu fassen. Sobald du ein konkretes Ziel hast, was du erreichen möchtest, wo du merkst, du schaffst es vielleicht nicht alleine, da bin ich deiner richtigen Anlaufstelle für. Sehr gut, ja. Das ist mein kleiner Co-Trainer, das ist der Teddy. Der ist auch immer in allen Trainings dabei und der bewacht quasi mich, ob ich meine Arbeit gut mache. Ich arbeite extrem individuell und ja, dann habe ich mich einfach mal zum Probetraining hier angemeldet und war absolut begeistert. Es gibt viele Sachen, die mich überzeugen, immer wieder hierher zu kommen. Ich habe einfach gemerkt, es tut mir sehr, sehr gut. Es macht Spaß, es ist interessant. Macht Spaß. Ich fühle mich danach gut erschöpft. Also im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich habe richtig was getan. Und am Ende die Erfolge, die wir schon erreichen konnten über die Zeit. Das überzeugendste Argument ist, denke ich, die Trainingseffizienz, die man hier erfährt. Also das Ganze ist wirklich komprimiert innerhalb einer relativ überschaubaren Zeit, die maximale Zerstörung. Also das Ganze ist, denke ich, dass die Training zu haben. So. 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 So.